Enough! Ich wusste, dass er eine Bombe ist und den du gegessen hast! Ach so, du meinst ich hab den hier! Krebs? Ach so, du meinst ich hab den hier! Lass den alten Mann allein, der merkt's nicht! Aber so haben wir nicht gewettet! Ach ja? Aber so haben wir nicht gewettet! Wer ist da drin, ha? Wie ist ihr Name? Sag mir, dass ich hübsch bin! Hey, Krustentier, spitte mal ein paar Boas! Sag mir, dass ich hübsch bin! Hm, du laberst mich an? Du laberst mich an? Du laberst mich an? Du laberst mich an? Ich schaute überall über das Haus! Hast du deinen Pockett checkt? Es war... Es war in meinem Pockett. Such nicht weiter Gründe, warum die CDU sagt! Okay, ich hab's verstanden, Junge! Alter, das Teil ist schon heftig! M- Okay, dann morgen! Dann morgen! Morgen, ganz sicher! Morgen, ganz sicher! Okay, ähm, probier's die nächsten Tage einfach weiterhin, okay? Na, die nächsten Tage weiterhin! Ey, yo! Bin wieder unterwegs in der Stadt! Hab alles angezündet und plattgemacht! Und keiner konnte Peter besiegen! Er hat sie alle angezündet und plattgemacht! Ich hab die Stiefel! Sie sind hier! Unter den Bodenbrettern! Bitte, mach, dass es aufhört! Dabei will ich nur schlafen! Blödsinn! Helfen sie mir! Ja, Taddeus! Ja, Taddeus! Ihre Schlafpillen sind Müll und schaden auch bestimmt meiner Gesundheit! Tja, Taddeus! Taddeus! Sanuardom! Für dich alles, Bruder! Finish!